Ihr sucht ein Digital-Piano zum Anfangen oder ein Zweit-Piano für euren Landsitz, habt ungefähr ein Budget von 1000 Euro und überlegt, was wohl das beste Digital-Piano auf dem Markt ist. Ich habe heute eine Alternative herausgesucht, das Kawaii KDP 120. Erzählt euch ein bisschen was darüber, was für Apps mit der Bluetooth-Netzstelle funktionieren, was die neuen Features sind, warum die Klaviatur ein bisschen besser ist und was man sonst noch für eben 1000 Euro erwarten kann. Bleibt dran. Mein Name ist Thomas Kreisel, ich bin Klavierbaumeister in der sechsten Generation eines Familienunternehmens. Wir haben hier ungefähr 150 Instrumente dauerhaft zum Anspielen bereit und Sinn und Zweck und Ziel des YouTube-Kanals ist auf jeden Fall immer wieder mal den Pick des Tages zu nehmen, euch vorzustellen, euch zu erzählen, wie ich auf ein Instrument schaue, was mir daran wichtig ist, warum ich davon überzeugt bin und natürlich, um euch in den Laden zu locken. Wenn euch gefällt, was ihr seht, drückt den Daumen hoch, drückt auf das Knöpfchen, abonniert mich, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Sagt es allen anderen, das ist der beste Lohn und wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Also, heute ist das Kawaii Digital-Piano KDP 120, das ist für einen Franken furchtbar schwierig auszusprechen, dran. Also, Modell KDP 120 ist der offizielle Nachfolger vom CN 17. Eins meiner meistverkauftesten Digital-Pianos, wo ich per se schon sehr, sehr überzeugt davon bin. Ich bin in einer 1000-Euro-Klasse, die eignet sich, um die ersten Schritte auf dem Klavier zu machen, sich das Ding auch mal zu mieten, ist auch möglich. Und ich kriege aber eigentlich schon alles, was ich brauche, um an das Thema Klavierspielen ranzugehen. Heißt, ich habe 88 Tasten, ich habe einen festen Unterbau, das heißt, die Position der Pedale zu der Klaviatur ist immer absolut fix. Die Pedale sowie die Tasten sind gewichtet. Das heißt, ich habe auch keine motorischen Probleme, dann am Schluss auf dem echten Klavier zu spielen. Insgesamt bringt das gute Stück 34 Kilo auf die Waage. Kann man also, wenn man Sportliches allein tragen, sehr, sehr leicht zu zweit. Ähm, genau. Und ich nehme euch einfach heute mal mit zu dem Thema Klaviatur, Verstärker, dem Sound, Soundgenerator, der Konnektivität und was ich einfach noch so ein bisschen für Spielereien habe. So, Thema Nummer eins, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Höchste Priorität. Ihr braucht eine gute, gute Klaviatur. Ähm, natürlich ist bei einem 1000 Euro Digital Piano eine andere Klaviatur zu erwarten, wie beim 3000 Euro Digital Piano. Völlig logisch. Ähm, trotzdem, A, die CN17 Klaviatur war schon gut. Die Responsive Hammer Compact 2 Mechanik, so wie das in Fachchinesisch heißt, ähm, ist mit besseren Dämpfungselementen ausgestattet worden. Das heißt, die Taste läuft smoother, ohne dass es die Präzision einfach, ähm, verliert. Finde ich super an dem, ähm, guten Stück. Ähm, es sind 88 Tasten, sie sind gewichtet, ich habe einen dynamischen Sound dahinter, das ist eh alles klar. Ähm, ganz wichtig, ich habe, äh, eine Drei-Sensoren-Mechanik dahinter, oder drei Sensoren nehmen die Tastenbewegung ab. Ähm, damit habe ich ein sehr präzises Spielgefühl. Das ist, äh, im Markt der 1000 Euro Pianos auch nicht normal. Das ist auch ein kleines Zucker. So, das nächste, was natürlich wichtig ist, du kannst so viel drücken, wie du willst, wenn nichts rauskommt. Äh, klingt's auch nicht. Ähm, es ist ein ordentlicher Verstärker dahinter. Ich habe zwei 12 Zentimeter, ähm, Lautsprecher, die nach, äh, unten feuern. Die haben eine Gesamtverstärkerleistung oder einen Gesamtverbrauch von 20 Watt. Das ist ordentlich, das ist nicht zu laut, das ist nicht zu opulent. Ähm, will man mehr Sound haben, muss man definitiv auch ein paar Ligen einfach höher steigen. Ähm, so, zum Sound-Engine. Natürlich, klassisch, die Mutter aller Instrumente ist, äh, für das Kawaii, der Shigeru Kawaii EX Konzertflügel. Das ist ein toller Sound, an dem gibt's nichts zu rütteln, der ist in den meisten, äh, Pianos drin. Wie der rauskommt, äh, liegt an den Boxen oder an deinen Kopfhörern, das ist auch klar. Was am KTP, KDP 120, einfach eine Neuheit ist, ist die, ähm, das, ähm, das, ähm, das Low Balance Volume System. Das heißt, wenn du die Lautstärke am Potentiometer klein stellst, gehen dir die Tonfarben nicht verloren, weil der Prozessor die Töne anders ausrechnet. Das ist sehr angenehm zu spielen, du kannst es auch mal leiser stellen, wenn du andere nicht stören willst oder wenn du nicht dauernd die Miki-Mäuse aufhaben willst. Ähm, finde ich gut. Es ist ein 88-Tasten-Samtung drin, das heißt, hinter jeder Taste legt ein eigener Ton in verschiedene Lautstärken aufgenommen. Ich habe 152, 192-fache Polyphonie, ähm, nachdem das ein Einsteiger-Piano ist, habe ich auch sehr wenig Sounds. Das kann man über die App natürlich gegensteuern, aber im Prinzip brauchst du nicht. Wirst du Klavier spielen, kaufst du dir ein Klavier. Gut, jetzt haben wir genug geglabert über die ganze Theorie. Ähm, ich spiele euch ganz kurz was vor, damit ihr auch mal wisst, worum es geht, ähm, wie sich das gute Stück anhört. Wie gesagt, es ist eine Anspielprobe. Schaut meine anderen Videos an, da werde ich mich drum kümmern, dass ich einen ordentlichen Pianisten finde, der alle Instrumente mal gleich anspielt, dass ihr es vergleichen könnt. Ähm, ich finde den Sound sehr angenehm, sehr weich, nicht spitz, ähm, gerade für Anfänger sehr gut geeignet, äh, für Fortgeschrittene auch. Irgendwann fehlt natürlich die Komplexität dann für die angesprochen, äh, anspruchsvollen Stücke. Das Thema Konnektivität ist, ähm, für Profis oder ambitionierte Spieler besonders wichtig. Ähm, ich persönlich brauche sie nicht, aber man muss dazu sagen, ähm, mit Bluetooth MIDI, was das, äh, gute Stück hat, kann man schon viel Spaß haben. Äh, äh, jede App, die du auf dem Tablet hast oder auf dem Handy hast, kommuniziert über Bluetooth einfach mit dem Digitalpiano. Bedenke, Bluetooth hat eine Verzögerung von ein paar Millisekunden, deswegen kannst du aktuell noch keine kabellosen Kopfhörer benutzen. Bluetooth ist aller höchstens für Daten, die nicht live sind geeignet. Ähm, es hat einen USB-to-Host-Anschluss, es hat zwei klassische Klinkenstecker für Kopfhörer, das war's auch schon. Mehr Luxus gibt's bei dem guten Stück nicht, aber wie schon oft erwähnt, es ist ein 1000 Euro Digitalpiano und ich begrüße es, dass der Fokus auf der Leistung liegt. Äh, der Künstlerischen. Jetzt hat das Digitalpiano klassischerweise nicht nur Tasten, sondern auch Knöpfe. Ähm, ich habe oft in Beratungsgesprächen mitbekommen, dass man da eine gewisse Angst davor hat. Äh, ja, verstehe ich. Ähm, ich finde es sehr angenehm, es ist ein Einsteiger-Digitalpiano oder ein Freizeitpiano, es hat nur sechs Knöpfe. Egal. Auf jeden Fall ist es relativ einfach, das ist kein Raumschiff Enterprise, sondern es ist was super Angenehmes. Ähm, ich habe, äh, Demo und Lesson-Knöpfe, das heißt einmal Demo, es spielt dir was vor. Lessen, ähm, ist eine, ja, nennen wir mal amerikanische Erfindung, ob man sie mag, sei dahingestellt. Es gibt so ziemlich tausend Millionen Fingerübungen, äh, Burgmüller, Mikrokosmos, Bela Bartok, wie sie alle heißen. Ähm, die sind da drin eingespeichert und du kannst nach einem Schrittmuster diese technischen Übungen machen. Äh, dazu gibt es auch die Noten, gleich mit Kawaii mitgeliefert oder du kannst sie auch in der App absolvieren. Kann man machen, wer auf Hängeübungen steht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das, was mir auch viel wichtiger ist, ist eigentlich Play, Stop und Record. Das sind zwei Knöpfe. Das heißt, du kannst dich für eine kurzfristige Kontrolle selber aufnehmen. Sehr angenehm, ähm, es hat keinen externen Speicher, ähm, das heißt, es geht wirklich nur um diese einzelnen Stücke. Und last but not least, das Metronom, ganz wichtig. Und, äh, Sound Select, das heißt, du kannst, äh, von 1 bis 14 die Sounds mit einem Knopf immer wieder durchdrücken. Äh, ist nicht komfortabel. Äh, muss es aber auch nicht sein. Es ist ein Klavierersatz und so soll es auch funktionieren. Ähm, an der Stelle möchte ich von Kawaii noch auf die Apps, äh, hinweisen. Es ist einmal die Piano Remote App und der Pia Book Player, ähm, die sollte man sich mal näher anschauen. Dazu werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein Video machen. Zu meinem Fazit. Wofür ist dieses Digital Piano geeignet? Ich glaube, ich habe in dem ganzen Video tausend mal tausend gesagt, ähm, das ist der Preis, den dieses, äh, Digital Piano aktuell kostet. Ähm, und dafür könnt ihr nichts falsch machen mit diesem Piano. Im Digital Piano. Ihr habt eine hervorragende Klaviatur, bei der ich jetzt, äh, den Druckpunkt ein bisschen vermisse. Ähm, sie fühlt sich sehr gut an, sehr präzise. Du hast einen sehr angenehmen Sound, äh, das Sampling ist sehr gut. Ähm, die Boxen sind etwas kleindimensioniert. Für den Ganzen aber keinen Abbruch, weil du würdest keine Disco betreiben. Wenn du über Kopfhörer spielst, ist das sowieso obsolet, weil du einen eigenen Kopfhörer benutzt. Die Konnektivität ist relativ eingeschränkt. Du hast aber einen riesen Scheunenturm mit der Bluetooth-Schnittstelle. Äh, jede App, die, ähm, dafür gemacht wurde, kann den Funktionsumfang einfach vertausendfachen. Und damit ist es einfach ein wunderbares Einsteigerklavier oder ein Zweitklavier. Ich sag's immer wieder, wenn ihr ein akustisches habt und möchtet irgendwo ruhig und leise spielen, stellt's euch in die Ecke, äh, in den Keller am Dachboden. Super Ersatz. Mir gefällt's. Kommt vorbei, spielt's selber an. Das ist immer noch eigentlich, äh, die Message, die ich immer nach außen trage. Das ist das Wichtigste, ähm, um etwas wirklich komplett zu begreifen. Wir sehen uns. Das ist das Wichtigste, äh, das ist das Wichtigste.